So, hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Bettefront 2 mit mehreren interessanten Leuten, die ich irgendwie nicht kenne und doch kenne. Ja, seltsamerweise. Einmal der Weihnachtsmann. Möchtest du dich mal vorstellen? Hallo, kennst du? Ja. Und, oh, ich bin Evoque. Ja, das war doch das eine kurze Anmoderation. Wow, ja. Ja. Was? Wir sind alle Evoques! What the fuck? Ja, wir sind gejoint. Ja, Tobi. Bestfans. Guck mal, ich drehe dich mal um. Ja. Hi, ja. Okay, wir haben noch eine Lagerkraft bei uns. Sag auch mal lo. Hallo. Ja, anderen Alex. Ja, genau. Tobias hat mich sehr, sehr stark missbraucht in der letzten Folge. Sehr stark. Es hat dir gefallen. Und noch ein komisch anderer Typ, den ich nicht kenne. Ja, das war dein Stichwort. Der größte Retard überhaupt. Der hat einen Namen. Nein, nein, der Unbekannte. Ich bin Norman. An ihn sozusagen ährt ihn auch schon. Ich dachte schon, der eine Typ wäre gerade ein Köpfgefäß da aufgespießt. Das ist ja aber ziemlich, ähm, ja. Also, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Dann läuft ja alles nach Planen. Ja, dann läuft ja alles nach Planen. Wo seid ihr denn? Ja, ja. Guck auf die Karte. Wir sind alle, wir sind alle Ewoks. Ernsthaft? Ja. Ja. Ich hab mich eigentlich darauf gefreut, dass wieder nur Alex Ewok ist. Nee, nee, nicht so wie im letzten Mal. Das liegt aber nur daran, dass wir nachgedacht haben, dass da hier ist Alex bestimmt wieder allein wieder Ewok. Ja. Laufenlich. Wenn ich dann schon wieder Ewok werde, ey, dann werde ich komplett ausrasten. Ich komme gleich gleich. Das ist bei der letzten Folge schon schlimm. Ja, wir kennen das schon mal in der ersten Folge, die fast eine Stunde gegangen ist, dass da fast immer Ewok war. Wo, wo sind welche, wo? Ja, echt viermal hintereinander. Ich glaub, er war immer Ewok. Nein, da. Einmal nicht. Ach, da hinten sind die. Ich seh die, ich seh die. Alex. Wow. Hi. Hi. Was ist das hier? Alle drei sind da vorne. Das ist eine Kisse für Stormtrooper. Die können daraus dann geile Sachen wie Dildos und so ziehen. Nein, das ist von J.D.F. and Order. Das ist nicht von hier. Ja, das hab ich auch gesagt. Das gehört hier nicht von mir. Ich hab's angespielt, ich bin noch nicht durch, okay? Ja, das ist geil. Ich hab aus Jedi-Meister durchgespielt und ihr so. Ne, ich hab's erst auf normal gespielt. Ich bin jetzt grad dabei, auf Jedi-Großmeister durchgespielen. Ach, du Scheiße. Na, das hab ich bei der Force 1 nicht getan. Ich seh Licht. Der erste Teil war echt ein Krampf. Auf Teilung, Flamm. Geh rein, Laura, du musst rein. Geht nicht ins Licht. Was für Licht? Was? Wir sollen nicht ins Licht gehen? Ah, fast gehabt. Es sind noch drei am Leben. Los, die kriegen wir hin. Wie ist denn die Überzahl? Nein, ich bin tot. Wo sind die denn? Ich will hier gar nicht verbrechen. Da aber die ganzen Blasterschüsse sind. Ja. Oh, ich hit grad, ich hit grad. Ich bin ziemlich stark. Sag ich bin immer noch nicht drauf. Hä, ich bin immer noch E-Burg? Na klar. Ich bin dauerhaft E-Burg. Jawohl, sehr schön. Ach so, ich war davor noch nicht E-Burg von Anfang an. Nein, der tötet mich. Ja, aber es liegt doch nur daran, dass wir sehr nachgejoint sind. Ich wollte gerade Käsebärchen essen. Das ist mir aufgefallen, dass wir die aufhören haben. Das wäre sehr unpassend. Es ist allgemein sehr unpassend, Käsebärchen zu essen. Nein, nein. Sie sind geil. Sie sind nicht geil. Natürlich sind sie gut. Nein. Was ist das mit Käse? Hallo? Erste, du hast keinen Geschmack, Laura. Man darf nur den Käse ohne Geschmack essen. Nein. Dann kann man auch gleich lassen, Käse zu essen. Oh, es ist doch einer am Leben. Tötet ihn. Tötet ihn. Lass keinen am Leben. Keine Gefangenen. Das ist schon nur Käse. Darf ich nicht raus. Alter, wie man die E-Vox in den Wald schon hört. Das Einzige, was ich aktiv gehamstert habe, ist Mozzarella. Das ist auch vernünftig. Wovon erlärt sie sich? Aktiver Hass. Von den Mozzarella und von den Resten-Mozzarella. Ich kann auch nicht hamstert. Ich kann nicht als nächstes Buch brauchen. So, ich bin ja flüssige Mozzarella. Ich brauche Abwechslung. Schnell zum Schiff. Boah, es landet im Schiff. Ich bin fast beim Schiff da. Ich auch. Schmeiß deine... Ähm... Ja. Schmeiß eure Säcke. Genau. Nein, er geht in die... Nein, er hat es geschafft! Nein. Nein. Ein einziger hat es geschafft. Zum Schnell. Okay, sie möchte ich essen. Laura, verdammte Scheiße. Deine Pizza. Deine wird jetzt befördert. Deine wird jetzt befördert. Na, super. Als ob man mir eine Pizza bestellt während... Okay, wow, während des Videos. So kann man auch befördert werden. Alle anderen Kameraden zurücklassen. Ja, ich hab was dazu überlebt. Ich nur... Ich hab doch überlebt. Ich... Ich hab alles allein geleistet. Wow, hab ich viel... Oh mein Gott, bin ich hoch aufgestiegen. 2310 Punkte. Wow. Man zappt mir die Helmkamera an. Dann sieht man, wie ihr zehn Leute erschießt. Die haben doch angefangen. Die haben mich beleidigt. Die haben mich provoziert. Die haben mir irgendwas gegen meine Mutter gesagt. Ey, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt die Wucht werde. Aber du bist doch eine Tankzüchtung. Ja, ich hab sehr beleidigt. Ich hab jetzt momentan leider sehr viel Klassschwürde gespielt. Wenn ich jetzt bei Enten drücke, passiert dann was? Egal. Du darfst nicht Benden. Du versierst. Ich darf nicht Benden, okay. Nein, nein, du musst mit drin bleiben. Tief. Und hart. Ich bin verwirrt. Tobi, hilf mir. Bäh. Das geht so. Du musst nichts machen, Dennis. Das kann sein. Also, Dennis, wenn sie ein erwachsener Mann und eine wachsende Frau sich lieben. Oder ein erwachsener Mann und ein erwachsener Mann. Oder ein erwachsener Mann. Oder ein erwachsener Frau oder eine wachsende Frau. So, sechs Sekunden. Wer wird Ivo? Komm. Alex, 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 Alex. Hoffentlich Alex. Ja, Alex. Wieder Alex. Jetzt bin ich schon wieder über. Oh Gott, das hängt mein Schuh gedreht. Alex, Alex, du hast den Schuh reingezogen. Ich werde Blizzard mir die scheiße anzeigen, dass ich EA gesagt habe. Nicht Blizzard. Ja, Blizzard, ich sage dir, Blizzard sagt EA in Overwatch. Da gibt es diesen Typen. Habt ihr den bei EA auch? Alex, keine Company mag dich. Oh mein. Was der fuck, wieso spawn ich direkt bei einem Ewok? Seid ihr, ich find euch nicht. Viel zu euch. Tobiö! Aua. Ich spawn einfach direkt bei einem Ewok. Wie viele Ewoks gibt es? Das ist der Spielmodus, je mehr Sturmtruppen du tust, desto mehr Ewoks gibt es. Meine Fresse, warum bin ich schon wieder Ewok? Das macht doch null Sinn. Das ist einfach deine Bestimmung. Gehen die nach dem Alphabet oder was? Das würde ich sonst anders nicht verstehen, wie sie das machen. E ist vor M, ne? Das weißt du schon. Ach, du weißt ja, du weißt Exotic, ja. Ich hab dich vergaß mit Deutscher. Seh dich doch einfach als Ausverwählter. Nee, das ist echt scheiß Bestimmung. Das ist nicht geil. Das waren die bösen Geister. Schön, dass wir uns hier so gut benehmen bei der Aufnahme. Das finde ich schön. Ja. Du kennst mich doch. Tobi, bei unserem Podcast wird das auch sehr schön. Ich seh schon, ich muss ganz viele Mikrofone nachstellen und Membrane. Das wird sehr schön. Hast du dir mal die rausgesprittenen Szenen bei Cinemastricks back angesehen? Ja, das ist auch richtig so. Das wäre sonst unnatürlich. So, ich hab ne Mg. Oh, meine Fresse, ich hab ne Mg. Du bist ein E-Wolf. Am besten auf dem Rollstuhl. Am besten auf dem Rollstuhl. Der Merika schreit. Merika! Der hat überhaupt nicht reagiert, Erwin. War denn der Typ? Alex, der hat mehr Punkte als die. Jetzt leiste doch mal was. Ich bin bei einem E-Wolf gespawnt. Ja und? Das System ist dafür verantwortlich. Das System ist dafür verantwortlich. Das System ist dafür verantwortlich. Also ich weiß nicht, was ich mache. Anscheinend mach ich alles richtig, indem ich hier einfach sitzen bleibe. Ja, war ja alles richtig. Also ich bin bei der Forschungsbasis oben an den Außenposten. Okay, ich komm nur zu dir. Auch oben. Oh, das ist aber lieb. Ich weiß nicht, wo ich bin. Oh, die nächste ist schon tot. Au. Die könnt ihr eh von verschießen, ihr Pinner. Nächster tot? Was? Nein, oh Gott. Das sind Übungen. Wer nicht? Oh, es ist einfach dunkel. Ich mag das nicht. So lange keine Aliens kommen. Meinst du normale Aliens oder Xenomorphs? Xenomorphs. Du, das müssen wir schon richtig sagen. Die Nerds da draußen. Sonst werden die wieder angefickt. Ich wette, die meisten wissen nicht mal, dass es Xenomorph heißt, das Vieh. Ja, die dürfen sich auch nicht das anzahlen. Was bei Aliens? Das würde, glaube ich, auch erst in zwei Minuten sagen. Ja, bei der Aliens Reihe. Ja, bei der Aliens Reihe. Nächster ist schon tot. Wie verrenken die alle? Was sag ich denn? Nee, die alle nicht. Ich find doch keinen hier. Schießt ihr noch im Meer und hofft, dass ihr was trefft oder macht ihr das? Auf der Karte achten. Wenn ihr einen erwischtet, auch auf der Karte. Der nächste ist schon tot, Alter. Ja, ich sag halt scheiße. Alter, du hast 420 Punkte. Du darfst jetzt keiner mehr bekommen. Ja, aber ganz ehrlich, da darf ich jetzt niemanden mehr töten, weil das einfach heilig ist. Außer ich krieg noch 69, dann ist das... Haha. Der 420, 960. Heilig. Ja, dann bin ich wirklich gut. Nice, wenn ich bitten darf. Ey, wie wir eigentlich hier oben rumstehen. Wie hast du mit 666? Das ist auch in Ordnung. Nicht so geil wie die 960 der 420. Ja, der ist da runtergesprungen. Äh. Christa, ich bin jetzt Satanist, okay? Das hört meine Mutter bestimmt gerne. Ach, schade, ich hab Tobi mal erwischt. Ich hab mich nicht mehr während deine Mutter im Auto saß. Mein Gott hat den längsten, ähm, angemachtes Lied. Ich glaub nicht, ich glaub nicht, dass du das machen würdest. Ich hab das schon mal gemacht. Alex, wir haben mal während der, äh... Alex, so viel Eier hast du auch gemacht. Ganz viel Alligator laut angemacht. Das war aber nicht ich, das warst du. Das hätt ich nämlich nicht gemacht. Ja, also immer wenn ich mein Vater abholt, mach ich eh absichtlich kontroversen Musik an. Aber auch nur, weil er echt nichts sagt dagegen. Das find ich schön. Ja, ich fand's auch schön, dass er sich nicht über unser Rumgrölen beschwert hat. Haha, das kennt ihr schon von mir. Er singt sogar manchmal mit, aber nur, wenn wir alleine sind und ich singe. Das ist sonst immer peinlich. Ja. An sich voll süß. Er singt also nur mit, wenn du singst. Und wir alleine im Auto sind, ja. Hört auf. Hört auf. Ähm, ähm, erwischt, uh, wuki. Äh, wuki, äh, wuki, äh, wuki, äh, ee, bo. Okay. Ist ja geil, wenn du es im Modus geben würdest, ja. Nix. Oh Gott. Doch. Nein. Das müssen sie, sonst hätten sie jetzt hier nicht erreicht. Sie sind wirklich nicht süß. Doch, müssen sie. Tut mir leid, aber bei uns ist es schon so gemacht, dass wenn du große Augen hast, die schon ein einzig süßer sind. Hä? Deswegen gibt's ja Hentais. Ah ja. Und an ihm ist. Irgendjemand von euch. Die geht's glaub ich nicht dafür, Alex. Nicht nur dafür zu. Nee, Alex. Also da geht's nicht nur um die Augen. Oh, ich hab Dennis getötet. Warum essen? Wir haben Dennis getötet, ooooh. Das ist ein Kreuzenträger, früher. Wo war dich denn hier angegriffen? Verstehst du nicht von wo? Jetzt hab ich kein F-20 mehr. Ich müsste mich schämen. Ja. Schämen. Laura lebt doch im Ernst jetzt, Leute. Ja, lasst mich. Aber Alex... Ah, Tobi! Nichts so süßes wie Baby Yoda. Nichts... Nee, es gibt nichts süßes. Jedes Mal, jedes Szene hat sich Baby Yoda... Also natürlich hab ich's noch nicht gesehen, weil's ja noch nicht legal ist, aber... Jedes Mal hat sich rein und tötet sich... Weil's noch nicht legal ist. Weil's noch nicht legal ist. Ooooooooh sagen. Jedes Mal. Jetzt bin ich auch tot. Ihr zufrieden. Ja? Jawohl, du bist nicht durch meine Lanze gestorben. Einer von uns. Achso, durch deine Lanze. Ach, ausgerechnet hier? Ja, du bist durch meine Lanze gestorben. Zitat. Wen hab ich getötet? Also ich glaub, das kennt der nicht immer Choker on my dick and die bitch. Ja. Was? Zitat Jelena. Ey, immer noch. Ich muss immer noch ein Bild von Jelena machen, damit ich sie einen Schuhkollegen schicken kann, der um mich über Jelena sehen wollte. Ey, hör einfach auf. Sie tat alles. Nee, Alex, das geht nicht. Nein, nein, nein. Ja, Erka schafft es nicht, aber ich schaff es bestimmt. Aber uns bringt es was, Laura. Irgendwann wird sich ja sein. Ich hab sie schon so oft gefragt und sie hat mich schon so oft angeschrien, deswegen. Ja, ich muss es mal mit meinem Charme probieren. Alex, die wird dich so hart wegkicken. Oh, bitte. Wegkicken oder wegkicken? Kicken. Ich glaub, beides davon würde Alex gefallen. Ich glaub, beides davon würde Alex gefallen. Ja. Es landet. Ey, das ist jetzt aber unfair. TTC. Oh, oh. TTC. Ja, das ist nur Zeug, das ist nur Zeug, das ist nur Zeug. Das ist nur Zeug, das ist nur Zeug. Das ist nur Zeug. Das ist nur Zeug. Das war jetzt aber echt unfair, weil das Schiff, ich, hat mich draufgelandet, dass ich rauskam. Ich hab, ich hab Videobeweise. Ich hab Videobeweise, Freundchen, du nicht. Das sagen sie alle und dann sind sie schwanger. Was? 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 Was gibst da zu Grinsen? Was? Ein bisschen wach lassen. Was? Aus welchem Land kommst du du Wichser, äh. Was? Ich kenn kein Land, das Was heißt! …was? Lass mich an dich, ich war nicht doppelt, du kleiner Schwanzvotcher, wenn du noch ein einziges Mal was sagst! von der Spanik er hat ein Bild in die Gruppe gesendet ein Button drauf wo Panik draufsteht und darüber schickt er ihn Sooo Marcelus Wolos aus wie eine Schlampe? Nein, nein, nein Sir Warum fasst du sie dann zu ficken wie eine Schlampe? Er liegt eh Nur mal, Mercedes Wolos lässt sich nur mal nicht mal gerne ficken nur, nur awesome ist es Wolos darf das Ich bin der Joker Dieser Film ist so geil Oh ja Und komm 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 jetzt Alex, Alex, Alex Ich hätte ja auch Joker geguckt Und? Alex, 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 Alex Ich bin der Film noch ein bisschen, kommt noch ein zweiter Teil? Ja, schon wieder! Was? Nein! Das ist so lächerlich Das ist dann absolut nicht hilfreich Ich dachte mir aber auch, der wär noch besser Jetzt bin ich schon wieder Du bist aus, er wählt Alex Ein Spiritsanimal ist ein Ewok Ich glaub der zweite kann noch besser werden Jetzt hat mir grad geschrieben, haha, du lieber Ja, aber mir fehlt halt die Thematik Mit den, ähm Ähm Mit Halle Grün halt Oh, wir müssen, ich muss da jetzt den Zuschauen kurz erklären Naja, aber das ist ja bewusst so gemacht, dass es nur um den Joker geht Ich muss den Zuschauen kurz erklären, äh, Nils ist Ja, aber gehört ja auch Oh, geil Dennis, okay, nice Meins! Ne, äh, ne, ähm, es hört noch uns einer zu während der Party, das ist der Nils, ähm, er zockt aber nicht über, äh, kein Battlefront Ja, das ist, nebenbei auch, aber, äh, er hat kein Battlefront im Sinne und ich mitspielen, er hat mir grad über Whatsapp geschrieben, haha, du Ewok Also er disst mich auf eine andere Ebene Wer bist du hier, wer bist das, wer ist das? Alex, ich würde dich auch gerne auf eine andere Ebene dissen, aber, ne, oh, ich würd's auch feiern, wenn du herkommen würdest und mich dissen würdest, ne Eigentlich würdest du schon gerne mal so'n Evox-Stab nehmen und anders ein Popofiegel Ja Aber? Was? Bix! Du hast genau meine Gedanken gelesen Dobi kommst du? Hä? Das ist immer er, der da, der in Reinhardt ist, bis du auch mal dieser, der in Reinhardt So Äh, Laura, den Größeren Äh, ich glaub, er hat daraus verwechselt So Laura, den Größeren, also Ja Interessanter Fall Geht von meinem Gesicht bis runter zu meinem Knie Schirm Tobi 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 Warte, Warte Er ist drei Meter lang Ich muss ihn immer erst ausfahren und das braucht ein bisschen Wie so'n Elefanten-Tier Ja Oh nein Kann ich aber auch nur einmal im Monat machen, weil Alex sonst zu starke innere Schäden hat Was da rein? Sonst hat Blut, ne, ja Wie diese Frau die von einem Pferd gefickt wurde und dann am Ende zu storten ist Nee, aufgrund der Haustpenis wurde Orgami erfunden. Man musste es zusammenfassen, wenn sie die Hose passt. Ich muss ihn 20 Mal um mich rumbilden. Nein, Tobi, du Pisser! Tobi hat mich getötet. Ich wollte gerade sagen, warum beleidigt der mich jetzt? Ich habe deine Verblieben gerettet. Da steht Lehtorbenator Level 0. Das ergibt keinen Sinn. Aua! In Modus ist alles auf Null gesetzt. Tobi, du hast das immer. Ich will hier drin bleiben, ich habe meine perfekte Hütte gefunden. Tobi? Tobi, Laura! Ich habe meinen perfekten Platz gefunden, ich möchte hier drin bleiben. Ah, du bist das? Wie ist das geschafft? Gokon viert, Gokon, Tänzerin oder auch wieder Ja, Gokon Person baut. Ja, das darf Alex gerne machen, also tanzen. natürlich ist mein trauma habe ich sie zu meiner geburtstagsfeier am 16 eingeladen und ich sollte ich sollte für sie ein lied aussuchen zu dem sie tanzen sollte und dann habe ich so elegant und charmant wie ich bin das lied strip für mich von cedo ausgesucht und sie sollte vor uns allen strippen natürlich und so kamen wir zusammen eine romantische liebesgeschichte mit stripperin tobi wie ist die lage könnte film sein ich sehe ein tunne der schwarz rechts neben mir ist auch ein tunne der schwarz und vor mir ist eine fackel ich kenne jerome der schwarz ich sehe einen tunne der schwarz Alex ich glaube du bist im strip club nein das ist dein freudenhaus kann man auch so sehen also würde ich so nennen das ist das house of the rising dick wie bin ich noch mal da hochgekommen ach so wie bin ich hier hergekommen stein stein feuer 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 stein 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 aua 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 anhören alles hey alex tobi wollte die anderen das auch gleich verlinken alles die videos ja ja braucht man doch ja ja alles gut ja waren bei dir schon ein paar ibox oder das ist ruhig hier doch einer zu ruhig oh alex kann meine gedanken lesen ich nehme schluss als wenn wir alles versetzt angekommen wenn wir jetzt selbst noch schaffen uns telepathisch auszupassen und dann sind wir auf der gleichen Ebene wie jonas und ich also mein bruder mindestens einmal am tag wenn wir weißt du alex was ich lustig finde er gesagt wenn wir uns das deiner laura erzählt hat sagen wir mal mindestens einmal am tag laura macht mit mir schluss und du kommst mit laura zusammen oh stimmt das tat mir ja so leid für dich das war echt das war so das war so krass ich schwöre wann seid ihr zusammengekommen reißt euch zusammen kurz nach meinem geburtstag sogar nein nach deinem geburtstag kurz nach meinem geburtstag hörst du mir nicht zu du keck kurz nach meinem geburtstag das ist auch ein Evo fuck hast du Hilfe? danke ja das geht okay der für den Verein selbst bisher okay Tobi sind wir los was ist das? oh wieder einer nein okay bist du Tobi du kleiner Pisser jetzt hat er mich schon wieder getötet was ist denn euer datum Tobi dreh dich um komm wir auch nach warte ich schau kurz in den Kalender ich schau kurz in den Kalender ich kann mir sowas nie merken es ist 16. und 17. theoretisch April wusstest du es oder hast du auch nachgeschaut ich spiel grad ich schau grad nicht nach Alex ja ja du bist am 13. Juli oder ich kann mir sowas merken ich glaub am 18. hat sich das gemacht oh mein Schmeiß Dennis Tobi wir sollen dann besser auf den Hügel gehen Dennis ich fick deinen Arsch ich fick den Arsch und dieses Ewok fuck wo ist denn der geh weg oh äh nein fuck nein scheiße wird schon wieder der letzte Überlebender Dennis Tobi Tobi dein Geburtstag war doch der 13. Juli oder? nein ich hab mir feigst am Geburtstag ich weiß deinen Geburtstag nicht ne es war nicht der 26. Mal war Marcel da woher ich das noch weiß weiß ich auch nicht so das gab ein Kind nein 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 echt was macht ihr wie lange bin ich scheiße ach ne Millicikon ich dann direkt hinter dem Schiff mit wem seit wann ähh mit seiner Freundin die er schon letztes Jahr hatte also von anderen wie er jetzt gerade hat welche Freundin wie heißt die das musst du ja wissen uuuh uuuh ja du kennst ihn glaube ich Leona genau genau auf wen boah die sind doch dann sind die doch schon saulande zusammen oder nicht auf wen auf wen und jetzt haben vor ein paar wochen das glaube ich bekommen was kommt krass monatswörter das maß der jünger ist als ich so ist er ja auch mhm Tobi meiner ist nicht 15 wie Timo aber oh das war so oh mein Gott das war so krank weißt du Timo ruft an während ich äh Jonas bei mir ist und wir zocken halt grad Sami Modus BO2 und er ruft an und sagt äh und sagt ey mann ich 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 bekomme ein Kind und wir beide so was wie man für Timo sollte nicht mal Kinder kriegen wenn er 30 ist wir haben ne halbe stunde uns durch tot gelacht das hat mich so leid für ihn aber ich konnte nicht anders oh nein Alex tut es dein keck ähhhhhh würdest wenn du Timo kämmen würdest du würdest du würdest ihn alles schlimme wünschen einfach äh Tobi wie sag ich wohl am besten die erste von aber nicht sein Kind wenn er scheiße ist dann wünscht doch nicht ja dann war er kein Zeugen ja der kommt jetzt nicht eh nicht rum der kann doch das Kind nichts dafür der kann doch das Kind doch nichts dafür der kann doch das Kind doch nichts dafür ja warum es heute ist dann das ist seine Schuld dass es gesäugt wurde ja aber es ist doch nicht Schuld anderes Mädchen was keine Ahnung wie alt ist das Leben ruiniert äh 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 ich bin nur noch ein Spieler ja bin okay das wird ja lustig werden guck mal ey wenn ich jetzt wieder bin die erste Folge die wir dort aufgenommen haben wie soll ich dir am besten nennen ich hab mir vorgenommen ihn wie verzweiflung zu nennen ja keine Ahnung warum komm wie viele Menschen wie das mit verzweiflung oder doch nur der alltägliche Wahnsinn oder täglicher Wahnsinn genau okay Alex 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 nein 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 ich spüre eine Erschütterung der Macht etwas ist nicht mein Gleichgewicht Alex du möchtest mich nicht als Gegner haben glaub mir ja du du bist doch kein nein Tobi spricht da aus Erfahrung ja jetzt ist Tobi auf jeden Fall weil ein anderer Typ ausgegangen ist okay Tobi jetzt verlieren die glaube ich jetzt machen wir die fertig ja viel Spaß wird einen guten Halo ja ich musste das nicht annehmen ich hab sogar mit Marcel Halo 2 auf legendär gespielt ja haben wir echt Respekt okay da zieht den Respekt ey wo geht Laura ich geh hinter der Verbindung wahrscheinlich scheiße glaub das war das schlimmste ja das war das schlimmste Halo was ich auf legendär gespielt es ist auch das schlimmste was man spielen kann weil einfach die komplette Mission von vorne startet immer jedes Mal Krise alter ja okay bei uns nur vom letzten Kontrollpunkt aber das war auch schon schlimm der der Prophet war so scheiße auf der alten auf der alten Xbox war das so dass ich komplette Missionen ich hab ich hab ich hab so dein Teamkollege verreckt und muss ganze Mission von vorne spielen so war es auf der alten Xbox das ist so lächerlich ey wer hat sich das sonst gedacht äh okay jetzt hab ich ein Problem Halo also Bungieing Halo Tobi Attacke du 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 okay jetzt haben jetzt haben wir okay Tobi 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 Sori ich kann dich nicht sehen weil du mir ins Gesicht blendest ist doch geil ah das ist Laura glaub ich ja das ist Laura oh fuck nein nein verpisst doch ihr kleinen Pisser fuck you Debbie verpisst ja ich hab Denisse erwischt Ja, wie viel Schaden hab ich den gemacht? Das war Laula. Das war Laula. Das war Laula. Laula, das ist schick. Homies, senyore. Oya, megami, homies. Ho, homies. Ah, sie ist wieder da. Hi. Achtung! E-Bog, schieß! Schieß! Ja, Tobi. Dumme Schlampe. Ja, komm, komm, komm. Wir müssen hier weg. Schnell. Wir müssen eine Höhle finden. Ich spüre hier rassistische Vibes, weil ich ein E-Wog bin. Ich hör ein E-Wog, ich hör was. Nein, Arme, Licht ist aus. Scheiße. Fuck, wir lassen uns jetzt mal. Okay. Dann müssen wir... Ich soll dir folgen, okay. Ja. Ich kenn mich so super hier aus. Angefickt. Warte, in diese Höhle. Komm, 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 komm. Das kannst du knicken, Freundchen. E-Wog, Kinder und E-Wog, Kinder und E-Wog. Tobi! Ich hab Tobi missbraucht. Das ist so kacke, dass man nicht mal irgendwas zum Werfen hat. Wo ist Laura? Laura? Laura! So ne Kleinstelle wäre cool, wie bei Battlefield 2 damals, ne? Ja, oder Speere. Fuck, man liegt das aus. Na, bei Battlefield 2 hat er... Oh, man, beides damals. Das ist so wenigstens ne Chance, aber hier musst du ja in den Karkampf gehen. Weißt du, früher Tobi, als wir zusammen online gespielt haben, Angriff auf Mos Eisling? Das war geil, ja. Ja, Mann. Das war noch Zeit. Mit Jodans auslitschen, fertig. Boah, das geil ist ja, auf Steam kann man ja Battlefront 2 noch online zocken. Wegen Steam-Solver. Ja. Wo müssen wir hin, Tobi? Da! Ich weiß es nicht. Da, 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 da. Da, da, da. Na, she's dead. Wir gehen von beiden Seiten, von links, einer von rechts. Wer ist eigentlich E-Wog? Tobi und, äh, der andere. Der schlimmste einen. Der hat einen Namen. Er ist immer noch Dennis. Ich nenne ihn der andere, das reicht. Als Erkennung. Nein. Dennis hat einen Namen. Ich hab's nicht verdient, weil ich noch... Nicht so wie Jonas. Hey, ich hab mich... Oder, oder ich nenne ihn einfach Tennis. Tennis. Ja, Tennis, Dennis. Ja, jetzt darf jetzt das... Nein, ich bin dem Mann gegangen. Wo bist du hin? Wo? Ich bin dem Mann gelaufen. Ich liege am Boden. Tobi, bist du tot? Ja. Auf händen, auf händen. Auf händen, auf händen. Auf händen, auf händen. Ich bin durch eine E-Wog-Falle gelaufen. Oh, Mann. Oh, Mann. Wenn ihr... Weil du warst neben ihr, aber bist jetzt ja auch gestorben. Warum willst du, dass ich sterbe? Ich will nicht, dass du stirbst. Es heißt... Es heißt doch Ladies first. Oh. Ja, echt? Oh. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho dass da welche in der Höhle sind. Ich bin draußen auf dem freien Feld. Ich habe gerade fast einen Erlebnissen. Das war nicht die Höhle, die ich dachte. Ja, das ist viel schwerer. E-Mucks. Ja, na. Na, na. Seid ihr alle E-Mucks? Nee. Ja, na. Ja. Ich und Laura sind die einzigen Überlebenden. Oh. Von unserer Gruppe. Warte, ich glaube, ich sehe deine Silhouette. Ja. Oh, das ist aber schön. Irgendwo, ganz weit weg von mir. Angriff. Ich mag das, wie Tobi. Das Intro-Tierotube-Kommando. Ich finde allgemein, dass es eines der besten Star-Spieler ist. Oh ja, definitiv. Da ist ein E-Book. Bei dir. Ja. Hatsi. Will immer noch einen zweiten Teil. Da ist noch einer. Änder die Achtung. Stell dir mal vor, du fabrik-Kommando mit aktueller Grafik. Oh, das wäre so krank. Das wäre so krank, ey. Okay, wir müssen. Das ist ja wenig Star-Spieler, wo du Blut hast. Ja. Hättest sowas nicht verdient. Vor allem, Tobi, ich weiß noch, bei Republic-Kommando, da hast du wirklich Angst vor Superkampf-Druiden. Nicht nur so ein bisschen. Das sind da Monster. Das ist eben. Ich hab ihn, Tobi. Zwerg-Spin-Druiden. Pass auf, Laura, nicht da reinrühren. Superkampf-Druiden beängstigender. Ich rolle, ich bin echt tot. Nein. Ich bin jetzt so... Ich bin jetzt so... Nein, Alex! Ich bin jetzt so... Ich bin jetzt so... Kann es sein, dass ich von uns... Kann es sein, dass ich von uns... meistens immer der einzig Überlebende bin? Gar nicht wahr. Ich überlebe dauerhaft. Diese Lügen. Für Lügen. Ich spreche nur die Wahrheit und ich finde, ich hab immer recht. Du hast keine Ahnung... Scheiße! Du hast ja die feine Rechte... Für den E-Box hab ich, glaub ich, gerade Tobi verfolgt. Ne, nein, nein... Die haben ihn alle in eine Richtung gescheucht und die kamen von der anderen und haben ihn gescheucht. Ja, die haben... Ja, die haben mich halt... Ich fand das Sperr mal, ich fand das Sperr mal. Ihr Feigen. Ihr Feigen. Oh. Das Raubschiff kommt schon. Aber ich hab von uns eine Gruppe wieder mal am längsten überlebt. Ja, und? Soll ich dir jetzt dein Schwanz haben? Soll ich's mal ausgeht habe... Lüüüüüüüühhbi... Frag lieber niemand. Nur Schüttel. Frag gar nicht. zę. Du verstehst das Traum! Jetzt wenn du das sagst... Attacke! Ich hab das erste Video, das wir zusammen gemacht haben. Sogar das gerade verlinkt. auf meinen WhatsApp-Status aber ganz viele ist mir heraus entfernt. als alle zu meiner Familie gehören. Bringe einfach fest! Alle los, ja! Alle auf ihr eingestochen! Ja! Ja, da kommt keiner mehr weg! Das wär lustig! Abstechen! So'n Ewok mit 2 MGs Ich bin gleich weg! So'n Ewok macht er so den Jumbo Ok, noch eine Runde geht, noch 4 die Aufnahme und dann war's das da für heute Ok, ähm... Alltäglicher Wahnsinn John Ewok Ich brauche Waffen Viele Waffen Schwitzbeinkacke... Nein, nein, scheiß Musik aus! Raus aus... Nein, raus aus der Ausnahme! Nein, raus! Das ist keine Copyright-Musik Dennoch, scheiße! Raus! Weg! Kusch! Kusch! Dennis, wir sind 1. und 2. Platz Unverdient! Ja? Nee, absolut verdient! Ich hab an längst alleine von unserer Gruppe überlebt! Ja, können wir doch nichts für, dass ihr keine Kills macht! Ja, ich hab... ich hab... ich hab... ich hab Kills gemacht! Ja, ich da nicht! Da steht Null... Ja, die 10 nur für die Ewoks! Leider! Obwohl ich mit Stuttgart schon mehrere Tötungen gemacht habe! Die Statistik lügt nicht, mein Freund! Die Statistik lügt nicht! Komm, Alex! 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 Ah, keiner! Nein! Haha! Wow! Wieder ne... wieder ein Fehler! Pass auf, der geht einer raus! Und Alex wird nachgerückt! Jefferson, was haben Sie? Ich spüre einen Fehler in der Matrix! Ich habe eins vor! Ewoks! Ewoks! Ewoks oder E-cocks? Vielleicht spürst du's? Vielleicht spürst du's? Ah, ich bin so... ich bin so geil, dass ich... Robi, wo bist du? Ich bin mit dir rumlaufen! Du hast auch immer Glück in deinem Leben! Nein! 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 Ist das für mich? Alex, ich bin hinter dir! Ich pass auf! Ich bin nebenbei so... Komm, Lau, lass uns in der Höhle finden! Ich glaube, ich hab dir gerade den Arsch gerettet, Marcel! Ah, gut, danke! Mit dem E-box jetzt grad... Zuhause! Ich bin bei Marcel! Den guten Spielern! Ja! Komm, eins gegen eins, MB2-Dinger! Nee, bitte, Front! Okay, das Alte? Nee, das... Eure, hier! Ja, nein! Wir sind voll am Rand der Mapgehalt! Der ist keine Höhe! Echt? Ah! Komm mal zum anderen! Lass... Lass mal bei dem... Lass mal bei dem... Ah! Oder Jedi Knight! Oh! Oh! Das ist geil! Tobi! Tobi, hier ist ein G! Oh, geil, danke! Oh, das ist viel besser! Moin, Tobi! Der stirbt nicht! Hallo! Jawohl, hab ihn erledigt! Und schnapp zur Hölle! Versuch, zur Hölle zu kommen! Tobi, dach war Juni! Tobi, dach war Juni! Komm dann! Simon.höhle! Dann... Ja? Bist du da? Da ist noch... Ja, hier... Wo bist du Tobi? Ich hab dich verloren! Ah, ich stehe sie! Hier! Mal es! Komm, komm! Ich sehe sie auch! Muss Leucht-Signal machen! Licht-Signal immer so! Zick, zick! Zick, zick! Zick, zick! Okay... Ab in die Hölle! Ich meinte Hölle! Ne! Was ist ne Hölle? Ab in Kiesi! Ich bin wach... Ich bin wach hier! Wir sind hinter euch, Leute! Waffen! Viele Waffen! Falscher Weg! Ey! Mein Mann! Wie viele sind hier dieser Eingang? Was ist der? Nein! Ah! Warte, tausend! Wir finden den schon! Ey, guck mal den ganzen Stock, wo er weint gerade! Topping! Topping! Ah! Sehr gut! Ey, man kann Wein mit Steuerkotts! Rechts okay, geil! Was? Ja! Mach das mal! Ja, okay! Da ist er! Wo ist denn der Ewok? Irgendwie war da ein scheiß Sack nach mir geschmissen! Was sei denn? Alex, willst du mit in den Käfig? Wo sind denn die? Wo seid ihr denn überhaupt? Da hin? Warte, ich komme zu euch! Zum Käfig! Nein! Ich bin an der Fackel hängen geblieben! Oh! Was? Ach, da ist der Käfig! Ja, ich bin bitte in den Käfig! So! Notiz und ran! Die erste Folge ist auf WhatsApp drauf bei euch! Halleluja! Ah, nice! Abobotser, ich hab noch mal... Schon mal geteilt! Nein! Er ist doch schon teilen! Nein! Ich hab's nicht geschafft! Ich muss auch noch mal versuchen! Ich stell mich jetzt mit Absicht hier hin! Und! There it is! Hilfe! Nee! Hilfe! Den��ck da Jac совершit auf! Sie dürfen sich sehen! Wo sind Ewoks? Wo? Naula, kennst du Matemann? Ja, ein bisschen. Sehr gut. Achtung, ich spring jetzt rüber. I see you as a person of culture. Ja, aber nur ganz wenig. Ich hab andere Culture. Die Weep Culture. Ach, Laura, ich dachte du hättest es schon längst geschafft. Und Hentoy. Das ist die Weep Culture. Ah, ok, ok. Spring! Ich hab's nein! Ich hab's nicht geschafft. Oh meine, diese scheiß Fackel. Wer hat sich gedacht eine Kackfackel hin zu machen? Eine Kackfackel? Ja, eine Kackfackel. Pixelping. Okay. Ja, ich bin mit drin. Ich bin mit drin. Ey, nicht ohne mich. Alles, das hatten wir ausgemacht. Hier, zeig dich das wahre Gesicht. Laura ist mit drin. Sweet. Ich bin mit drin. 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 Oh nein, eine Falle. Mach das Licht aus, du darfst dich sehen. Wir sind versteckt hier. Mach das Licht aus, Laura. Da, Evo. Oh nein, keine Falle. Du schießt auf eine Leiche, Laura. Immer so nebenbei. Da war aber gerade einer, der ist noch gelaufen. Ich hab noch nicht gesehen, wie er gestorben ist. Er ist gelaufen, dann hab ich die Zeit der Gliescheiben zerschossen. Er ist gelaufen. Nur noch ein bisschen zu einer Fahrzeuge mit den Gliescheiben zerschossen. Och jetzt, er ist nicht gut. Ob er sonst noch ein bisschen zu einer hat. Wenn du glaubst, ist das wahrscheinlich auch gut zu einer, oder? Es wird dauerhaft gefährlich. Er ist dauerhaft. sind ja gar nicht ich und Tobi komm lass uns zusammen weinen steuernkreuz-rechts ah da vorne ist der Punkt Tobi kommst du NEIN ein Evo kann uns gesehen durchkämpfen NEIN ich bin da angestorben alle battalien Feuer ich auch her alle auf mich drauf ballern ja ich hab ihn ah doch mehr von dem Zeug die haben jetzt die scheiß radioaktive Mücken mit ihren scheiß Sperma getötet radioaktive Mücken die laufen bestimmt mit radioaktiven Mücken rum ja Alter wie geil wie witzig das Raff ja grad wie ist das passiert den bist du Arsch how dare you Laura du und ich müssen überleben dein Mann ist verstorben jetzt müssen wir ihn bald heiraten komm wir überleben was ich denke nicht dass das System funktioniert alles mag es jetzt schon funktionieren ich hab ihn schon angegriffen nein meine neue Ehefrau wird das schon überleben ich hab grad zwei oder drei gekillt ich kille auch oh nein ich hab einen gekillt schnell zum Schiff zum Schiff kill him kill him kill him kill him no so ich und meine neue Ehefrau sind auf dem Schiff so sind weg ja ja okay tja Alex du darfst dich manchmal im Schrank verstecken natürlich okay ich darfst dich manchmal im Schrank verstecken wenn du Glück hast wenn du brav aufgeräumt hast okay danke Schatz okay wow Nils schickt mir grad okay geil okay Nils schickt mir auch interessante Nachrichten jetzt okay erzähle okay nun denn das war's da mit der Folge hat recht Spaß gemacht und ich würd erst mal sagen ich sag schon mal tschüss und wollt ihr auch noch was sagen zum Glück war ich kein E-Wog ich war enttäuscht dass du kein E-Wog warst Alex wenn es für dich E-Wogs waren haben wir gewonnen ja okay gut dann sag ich schon mal tschau